das thema lizenzen bei kobe ist gar nicht so ein neues kobe hatte auch schon in der vergangenheit coole und namhafte lizenzen über einen der ältesten partner müssen wir heute mal reden also rückenlehne gerade stellen klappt euren tisch hoch und trinkt den tomatensaft aus wir sehen uns nach dem intro willkommen in der nordenklötzchen scheune mein name ist blockstar und diese typische handbewegung die ich immer mache haben auch irgendetwas von stewardessen oder von einem park einweise auf einen flughafen denn wir sprechen heute über den großflugzeughersteller boeing eine lizenz dies bei kobe schon länger gibt ich habe hier eine boeing 737 zum beispiel aus 2012 aber wir wollen gar nicht so weit in die vergangenheit gehen denn wir gucken in das aktuelle jahr in den aktuellen monat sogar ich möchte euch heute nämlich die große 747 den jumbo jet vielleicht das bekannteste flugzeug von boeing vorstellen hier in der first flight edition aus 1969 also freunde ich lade euch jetzt hier auf ein spannendes video ein wir sprechen natürlich über boeing und vor allen dingen über unseren jumbo jet und wir klären auch warum der überhaupt jumbo jet heißt also freunde einsteigen hier auf meinen bautisch dann schauen wir uns zuerst den inhalt dieses kartons genauer an da fliegt unser jumbo den sonnenaufgang oder untergang entgegen unsere boeing 747 in der first flight edition dieser erstflug fand ja 1969 statt 1051 steinchen ist das set schwer und kommt im maßstab 1 zu 144 auf den bautisch die set nummer ist die 26609 und ich kann euch sagen dass alles jetzt auch die alten hier in dieser serie im 26.000 nummernbereich sich bei kobe wiederfinden schauen wir uns die rückseite unseres 1051 steinchen schweren kartons mal an der trotzdem sich ziemlich leicht anfühlt wir haben hier eine schöne hoffentlich schöne bedruckung mit diesen blau und roten und schwarzen applikationen die fensterchen wir sehen dass unsere 747 46 cm lang wird 15 cm hoch und eine spannweite von 42 cm hat ich kann euch also sagen ein flugzeug was eigentlich viel größer ist als dieser karton und auch platz im regal braucht hier haben wir einmal ein original foto die fakten bekommt ihr alles gleich auf den infokarten und was ich besonders cool finde ist dass wir hier das cockpit abnehmen können und dann in dieses schauen und wir bekommen auch einen kleinen teaser von der unterseite die sich richtig sehen lassen kann schon jetzt auf den ersten blick ja freunde dann machen wir jetzt auch hier unseren first flight und lassen den karton einmal fliegen ja freunde da liegt der inner des kartons auf den bautisch sowie die anleitung wir haben hier eine tüte 1 wir haben eine tüte 3 und eine tüte 2 und sehen auf den ersten blick schon große bedruckte panel ich bin echt gespannt wie die qualität der drucke hier ist sonst viele schöne kubi steine hauptsächlich in grau und weiß gehalten packen wir diese mal an die seite die öffnen wir gleich beim speed bild schauen wir uns aber einmal die anleitung an den a4 klammer gebunden hier hat sich ein bisschen blaue farbe am knick abgesetzt und wir haben hier den hintergrund natürlich ausgeblendet typisch kobe altes empfehlung ab neun jahren ich denke mal so ein flugzeug kann man gut mit der familie zusammen klemmen schauen wir uns die anleitung an auf dem ersten blick fällt auf wir haben hier bei der bau schritt nummerierung so kleine flieger das gefällt mir richtig gut haben wir sonst so nicht sonst nur schlichte zahlen denn euch fällt auf wenn ihr vielleicht noch nie kubi gebaut habt dass es keine seitenzahlen gibt nur diese bau schritt nummerierung die hat hier einen schönen flieger hat wir fangen an mit der tüte 1 die reißen wir auf verteilen uns das nach bauform nach farbe wie auch immer ihr das machen möchtet klemmen drauf los kleine ergänzung immer zur anleitung wir haben solche legenden damit wir wissen welchen slope wir nehmen einen runderen einen spitzer in welchem bracket und so weiter und so fort in diesen kleinen rechtecken wie bei anderen herstellern sieht man immer welche steine wir brauchen feile weisen uns den weg und ganz wichtig die aktuelle bau step ist immer farblich das seht ihr hier bei der 2 da ist nämlich die 2 hier in weiß gehalten und der vorherige hier die 1 ist dann in diesen blau grau fertig sind wir dann nachdem wir die tüten zwei und drei natürlich aufgerissen haben mit dem bau schritt 179 wenn wir diese kleinen finden hier anbringen an unsere 747 ich freue mich wie bolle auf diesen bau das kann ich euch sagen wenn euch ein teil fehlt das kann leider mal vorkommen dann könnt ihr hier auf den letzten seiten immer die teile kontrollieren bei kubi und dann gleich hier auf der url bei kubi monieren und die letzte seite ist immer ein bisschen werbung hier alles schön in boeing gehalten möchte man fast sagen wir haben hier noch die 737 8 und die 787 8 den dreamliner den habe ich euch schon gezeigt stelle ich euch vor sowie die beiden horn ist dir bei mir schon hier oben auf der kubi playlist euch anschauen könnt ja freunde wir steigen jetzt ein auf unserem flughafen blx nein str ist euch schon mal aufgefallen dass meine kürze die ich im namen meines logos benutze alles kürze für flughafen sind ihr könnt ihr mal reinschreiben in den kommentaren welche flughäfen hier gemeint sind also ich wünsche euch jetzt ganz viel fast elefantöschen spaß bei den fakten und mir beim klemmen liebe freunde speed bildzeit ist faktenzeit und wie könnte es anders sein wir beleuchten heute die geschichte der boeing 747 auch bekannt als jumbo jet warum dieses flugzeug zum mutterteils klären wir aber später in diesem video also dranbleiben lohnt sich heute besonders dieses flugzeug aus dem hause boeing hat nicht nur die luftfahrtindustrie revolutioniert sondern auch die art und weise wie wir über globale reisen denken begleitet mich während wir die entstehung die evolution und die unglaubliche wirkung der boeing 747 in diesem kleinen text während ich hier klemme erkunden die geschichte der boeing 747 beginnt in den 1960er jahren angesichts eines wachsenden bedarfs an größeren und leistungsfähigeren flugzeugen begann boeing 1965 mit der planung des größten verkehrsflugzeugs der welt das projekt das unter der leitung von joe sutter stand einem der talentiertesten ingenieure boeing mündete am 9 februar 1969 in den erstflug des prototyps dieser flug markierte den beginn einer neuen ära in der zivilen luftfahrt die boeing 747 war eine technologische meisterleistung sie war das erste flugzeug mit einem breiten rumpf und zwei passagierdecks was sie zur ersten echten jumbo machte mit einer länge von 70,66 metern und einer spannweite von 59 64 metern konnte die ursprüngliche 747 strich 100 bis zu 366 passagiere in einer typischen drei klassen konfiguration befördern eine der ikonischen innovationen der 747 ist das oberdeck das oft als babbel bezeichnet wird über die jahre wurde die 747 in verschiedenen varianten produziert um unterschiedlichen marktanforderungen gerecht zu werden dazu gehören die 747 strich 200 die 747 strich 300 und die weiter verlängerte 747 strich 400 die 1989 eingeführt wurde und mit modernen avionik und triebswärts technologien ausgestattet war die neueste variante die 747 strich 8 wurde 2011 eingeführt und bietet verbesserung in bezug auf wirtschaftlichkeit und umweltverträglichkeit mit der jüngsten passagier variante der 747 strich 8 die über ein längeres oberdeck neue tragflächen sowie sparsamere triebwerke verfügt und platz für mehr als 600 menschen bietet konnte boeing nur noch die wenigen airlines bedienen und glücklich machen inzwischen setzen die meisten fluggesellschaften auf der langstrecke auf nicht ganz so große modelle wie die typen 787 dreamliner und 777 sowie den airbus a350 die boeing 747 hatte massive auswirkungen auf die globale wirtschaft sie machte interkontinental reisen erschwinglicher und beeinflusste die globalisierung des handels und des tourismus tiefgreifend der jumbo jet ermöglichte es millionen von menschen order zu erreichen die zuvor außerhalb ihrer reichweite lagen und spielte eine schlüsselrolle bei der verbindung von kulturen und gemeinschaften weltweit obwohl die produktion der 747 offiziell im jahr 2022 eingestellt wurde bleibt die erbe unbestreitbar viele 747 werden weiterhin als fachflugzeuge spezialflugzeuge und sogar als fliegende teleskope benutzt das ende ihrer produktion markiert das ende einer ära aber die königin der lüfte wird in der luftfahrtgeschichte immer einen besonderen platz einnehmen insgesamt wurden von 1968 bis 2023 1574 boeing 747 maschinen für über 100 verschiedene kunden gebaut die vielleicht berühmte 747 ist die vc strich 25 a auch bekannt als air force one diese bekommen wir ja aktuell auch von kobe mit der set nummer 26610 aber auch andere staaten nutzten die 747 als regierungsmaschine wie zum beispiel japan bahrain brunei omar katar saudi arabien und südkorea vielen dank liebe freunde dass ihr euch diese kleine tour durch die faszinierende geschichte der boeing 747 angeschaut und angehört habt dieses flugzeug hat die welt auf eine weise verändert die vor seiner erfindung kaum vorstellbar war was denkt ihr über die 747 teilten eure gedanken und erinnerungen in den kommentaren unten vergesst nicht zu liken und zu abonnieren und wenn euch das video gefallen hat sehen wir uns vielleicht beim nächsten mal aber dranbleiben lohnt sich auf jeden fall wir machen jetzt weiter mit dem klemmbaustein review des sets was ich hier gerade gebaut habe die 26609 die boeing 747 in der first flight edition also die version die ich euch am anfang des textes erwähnt habe die am 9 februar 1969 16 minuten lang zum ersten mal ihre großen flügel in den himmel erhoben hat freunde ich wünsche euch ganz viel spaß dabei nach zwei stunden bauzeit steht sie da unsere boeing 747 aus der first flight edition das set 26609 1051 steinchen im maßstab 1 zu 144 und ich kann euch sagen der bau hat spaß gemacht bis auf das thema bügel perlen denn dieses set hat 1051 steinchen aber wenn wir mal kurz unser flugzeug jetzt seite packen und in die anleitung schauen die wollte ich euch sowieso zeigen ja sehen wir hinten bei der teilanzahl da ich habe es mir extra markiert wir haben hier weit über 200 bügel perlen also sind wir eigentlich was klemmbausteine angeht und wenn man diese ganzen kleinen tubes und städtchen noch wegnimmt bei 800 bis 700 normalen klemmbaustein ich bin eigentlich wirklich d'accord mit diesem set aber es hat eine geschichte die mir gar nicht gefällt die habe ich auch hier markiert und ich kann es euch leider nur so ein bisschen in der anleitung zeigen denn wir packen hier solche tubes bei den triebwerken da seht ihr sie wie sie bauen auf so eine achse und ich kann euch gleich sagen das gibt stressmarken das loch hier ist zu klein eigentlich und wer kobe achsen kennt oder achse aufnahmen hier diese bolzen weiß dass diese dann sofort stressmarken kriegen ich traue mich nicht dass hier rauszuziehen denn ich habe das gefühl dann würde ich hier das abreißen das finde ich echt schade finde ich nicht gut dass kobe ich hier immer so ein bisschen an die belastung grenze seiner steine geht sonst macht das bauen hier wirklich spaß weil wir ein tolles set haben zeige ich euch gleich aber wir noppen halt ziemlich viel bügel perlen auf bis zum schluss hier beim seitenleitwerk und bei den tragflächen also eigentlich überall haben wir bügel perlen bügel perlen bügel perlen also ihr müsst da so ein bisserl ja spaß daran haben die berühmten bügel perlen zu verbauen ich schmeiße mal kurz hier meine markierung zur seite damit es nicht raschelt dann gibt es noch einen punkt der mir nicht gefällt das hat kostet bei kobe 74 99 wer bei kobe direkt bestellt der weiß dass es die versandkosten ersparnis also dass eine bestellung versandkosten frei ist ab 75 euro wenn ihr vorbestellt könnt ihr kein anderes mit reinpacken in den warenkorb also dass ihr hier porto bezahlen müsst deswegen dieses flugzeug hier bei mir bei meinen händler meiner wahl findet ihr in der video beschreibung vorbestellt beziehungsweise dort bestellt deswegen auch jetzt erst das review normalerweise verkaufe ich ja immer hier euch verkaufen ist das falsche wort kaufe ich bei kobe oft direkt um euch bestimmte sets wie hier so eine first flight edition der executive edition oder gerade die limited editions euch so schnell zu zeigen wie es geht auch weil ich sammler bin und natürlich hier das haben vor dem warten steht und da ist es dann immer ein bisschen blöd wenn kobe halt wirklich nur kleckerlis weise es jetzt veröffentlicht oder bei vorbestellungen oder limited editions nichts anderes zulässt in den warenkorb zu packen und bei einem 74 euro und 99 cent set ist es dann ziemlich blöd weil dann kommt porto drauf das habe ich mir diesmal gekniffen obwohl ich dieses flugzeug wirklich wirklich bauen wollte weil ich es cool finde weil es hat eine tolle historie ich habe das flugzeug nicht in nürnberg sehen können weil ich in nürnberg bei der spielwaren messe 2 eingeladen war aber ich war krank aber meine freundin war da und die hat das flugzeug dort auch schon gesehen damals noch voller sticker jetzt voller prince aber die prinzen so eine sache da gehen wir gleich drauf ein das flugzeug hat ja eine spannweite von 42 cm was ich euch aber schon mal sagen kann durch diese flügel pfeilung dieses v wirkt es trotzdem kleiner und ihr habt mehr platz im regal und könnt vielleicht so wie ich in meinem regal ist ein großes ikea regal dann zwischen die zwei räume frei räume ich hier dann noch die flugzeuge drüber stellen also bei mir sehen die flugzeuge im regal immer so ein bisschen aus wie so ein flugzeugfriedhof in der wüste von nevada damit es nicht rostet das flugzeug hat eigentlich auch im original viel mehr drucke beziehungsweise markierungen hier unten steht zum beispiel city of area das der name des flugzeugs plus dass die ganzen vorbesteller firmen wie die lufthansa pen m tva und co hier auch noch drauf gedruckt waren aber das hat kobe hier nicht mit drauf gedruckt finde ich aber auch gar nicht schlimm denn es gibt ein bild von jack weather das war der testpilot eben hier dieses first flights damals 1969 der hat so ein modell in der hand gehalten und ich glaube daran hat sich kobe orientiert weil es sieht eigentlich fast ganz genauso aus wie dieses flugzeug hier die 747 ist eigentlich dann eine 747 100 beziehungsweise das war die erste das erste serienflugzeug und ich meine die erste luftfahrt gesellschaft die eine 747 100 bekommen hat war dann pen m bzw glaube ich dich gefolgt von tva das flugzeug steht heute restauriert im museum of flight in seattle und ich verlinke euch natürlich unten in der video beschreibung all das was ich gerade gesagt habe nämlich dass er dieses bild findet vom testpiloten mit diesem modell und natürlich die original fotos wo ihr auch seht dass hier viele aufkleber oder lackierungs waren von diesen fluggesellschaften die die 747 damals vorbestellt hatten das jetzt erstmal alles so grob zum flugzeug an der geschichte noch an der historie an das was mich stört dann kann ich euch jetzt ja hier mal das set zeigen in all seinen ja facetten denn es hat ja tolle seiten und auch schlechte seiten toll natürlich wieder dass wir hier alles druck haben keine aufkleber wir fangen mal an wir haben hier auf den triebwerk diese freedom eagles diese adler die beim original irgendwie weiter vorne sitzen aber egal wir haben dann hier das fahrwerk fällt ab dass das gute klemmsteine man kann es immer wieder drauf bauen so wir haben hier die nasenspitze lackiert das rot lackiert die fenster lackiert die türen lackiert das boi lackiert hier generell die fenster lackiert der gut fenster lackieren ist immer so eine sache bei kobe also alles cool vor allen dingen alles über mehrere steine hinweg das kann kobe richtig gut trotzdem wirkt es bei mir immer ein bisschen hier finde ich ein bisschen druck geht der druck ich sei schon dreckig das ist mit der flügel gegen die kamera aber hier seht er zum beispiel auch da sieht so aus als wenn da schon jemand im fenster sitzt das ist nicht sauber gedruckt dann hier in 7470 das erste flugzeug und auch da über mehrere steine drüber gedruckt dass der hammer und dann natürlich hier das seitenleitwerk auch gedruckt was ich ein bisschen schade finde ist ihr seht es vielleicht hier dass kobe ja diese bestimmte abs mischung benutzt um diese metallic steine zu ja gießen aber hier sieht es dann immer so aus als wenn es ist ja nicht lackiert das ist ja der stein der so ist aber als wenn er irgendwie platzen würde ihr seht ihr die sind diese nasen diese verläufe die habe ich bei all diesen runden stein sieht immer aus wie so ein y mit einem langen strich nach unten das habe ich auf all diesen gebogenen slopes es sieht so aus als wenn der stein von innen platzen würde tut es nicht man spürt hier nichts aber es sieht komisch aus da haben wir es das gleiche hier dieses dieses y diesen verlauf mir hat schon mal einer von euch und dafür vielen lieben dank in die kommentare bei ich meine der mustang die auch metallic ist geschrieben dass das normal ist dass es beim einpressen des abs in die form so passieren kann aber es sieht halt wirklich so aus als wenn der stein kaputt gehen würde und das finde ich ein bisschen schade denn die struktur ist die heile und wenn es das so vortäuscht ist irgendwie blöd das gefällt mir nicht da seht ihr was ich meine auch finde ich es wissen ja die drucke wirken so ein bisschen unsauber irgendwie und ich habe auch hier die steine gerade dieses kabinenteil ihr seht hier hört es vielleicht auch es hat als so ein überstand also das ist hier nicht so alles so ja sauber gegossen bzw verzieht es sich ein bisschen was sie auch schade finden aber das kennen wir bei kubi ja schon zum beispiel bei dem opel manta wo wir schwarz auf gelb haben oder gelb auf schwarz dass kubi hier weiße steine überall hat und hier weiß und rot bedruckt hat aber hier einen roten stein hat und den weiß bedruckt hat und man sieht es schon sofort das hat hier die fenster drücke schon nicht sauber sind und das weiß hier auch nicht das finde ich ein bisschen schade und ich komme immer wieder gegen das fahrwerk aber sprechen wir auch mal über das fahrwerk das fahrwerk ist cool denn wir können hier unsere boeing schön rollen lassen also ihr könnt ihr wirklich start und landung schön nachspielen was ja bei diesem flugzeug beim first flight auf jeden fall einmal vorkam nämlich ein start und eine landung minimum was ich cool finde ist dass kubi auch schöne bautechniken angewendet hat hier beim flügel von unten ihr seht das schon hier so ein bisschen mit den hinschiss sieht es so ein bisschen zwar aus als wenn dort ein bombenschacht her aber es ist cool gemacht beim bauen ist es kommt ein asymmetrisch vor aber es ist schön gelöst hier diese rundung diese abdeckung hin zu bekommen des flügels ihr seht auch hier ein bisschen es wirkt ein bisschen als wenn es schräg oder schief wäre aber somit hält der flügel hier richtig fest hier auf jeden fall hier irgendwann gibt es ihr seht ihr schon dann eine sollbruch stelle da fassen wir nicht an aber hier in drinnen ist es richtig richtig schön massiv was ich cool finde was ich gehört habe ist dass diese maschinen auch mit fünf triebwerken fliegen konnten die hatten noch eine befestigung für ein fünftes triebwerk das wäre dann allerdings nur für den transport gewesen das heißt also sie hätten fünf triebwerke mitnehmen können falls mal eins kaputt geht dann hätte man es am nächsten destinations ort bei der nächsten handlung dann wechseln können also richtig richtig lustig schön halt mit diesen vielen vielen slopes zu arbeiten wedges meine ich vielmehr und auch hier hinten diese großen berundeten formteile und vor allen dingen hinten dieser ja kürzt wird slope wie auch immer das ist schön kriegen wir eine tolle tolle form hin gerade hier unten so runter und auch hier über mehrere steine bedruckt das ist cool aber dann von oben oder auch hier vorne wirkt es schon wieder so stufig das ist schade hier haben wir es so stufig kantig kantig und dann hier auch kantig kantig wie bei so einer zwiebel das finde ich nicht so schön cool ist dass kubi so ein bisschen ja play feature gemacht hat dass wir hier ins cockpit reingucken können auch wenn das natürlich maßstabs mäßig überhaupt nicht passt und wir haben auch hier einen schönen bedruckten stein fürs cockpit also die idee ist super das gefällt mir für jemanden der wirklich affin ist für solche großraum flugzeuge der mag das dass man da so ein bisschen diese features hat ich bin auch schon mal mit so einer maschine geflogen das kann ich euch sagen ich empfand sie als gar nicht so groß wie ich dachte also jumbo war es für mich nicht vielleicht liegt es aber auch daran dass ich sehr groß bin und dass ich von sydney nach korea mit der maschine geflogen bin mit asiatischer bestühlung das habe ich oder bestühlung um gottes willen das wort das heißt dass es mehr sitz reingibt und auch die stühle enger sind und für mich als ja zwei meter mann ist das dann schon wirklich eine plage gewesen und der jumbo war auf jeden fall nicht mehr jumbo es war eher eine fliegende lege batterie das hat mir nicht gefallen hier oben haben wir zwei kleine antennchen ich kann euch sagen dass dieses flugzeug im erstflug und das könnt ihr auch bei den bildern unten der video beschreibung sehen im museum vollgepackt war mit sensorik mit gewichten mit schon eines elementen damit man halt wirklich das flugzeug auf herz und nieren testen konnte was ich mir vorstellen kann ist dass kobe ja ich schon mal eine kooperation mit dem smithsonian hatte und deswegen ja auch zum beispiel die space shuttle das space shuttle den länder im programm hat dass man hier vielleicht irgendwann auch eine boeing sieht mit dem länder diese war glaube ich dann metallik und das wäre schade dann müsste kobe ich auf jeden fall metallik mäßig noch mal nachlegen und eine sache finde ich noch ein bisschen ja nicht so gut ist dass man hier in einem dieser steine von unten hält alles von unten halt fast mit bügel perlen hier so rein gucken kann der deckt hat nicht ganz aber naja ist vielleicht ein ein windschott ein wind fangen keine ahnung also dieses set da habe ich mich sehr darauf gefreut es ist auch okay dass ich jetzt habe es gehört meine sammlung es hätte besser gehen können und ich bin davon überzeugt dass kobe ist auch noch besser machen kann und wird was zum beispiel auch noch fehlt ist ein stand da müsste man sich dann irgendwie ja einbauen damit man dieses flugzeug nicht so blöd auf dem boden stehen hat denn es ist ja ein flugzeug und bei allen anderen zweite weltkrieg flugzeug kriegt kobe ja hin das irgendwie so hinstellen zu lassen oder auch bei den armen forse düsenjägern da finde ich bei so einer 747 dir wirklich ikonisch ist hätte das auch sein können oder müssen aber vielleicht kriegen wir ja irgendwann so eine 747 mit einem space shuttle und dann brauchen wir auf jeden fall einen stand sonst müssen wir halt wieder umbauen ich zeigte noch von von unten hier das fahrwerk habe ich euch nämlich noch gar nicht sonst so gezeigt das ist ganz gut gelöst hier typische kobe bauweise und wie gesagt das triebwerk ich kann man noch mal 1 abnehmen dann sehen wir vielleicht das was ich meine was ich vorhin gesagt habe wo man hier was reinsteckt ich mal gucken ob ich es rauskriege da ist dieser tube und nach kamera macht scharf da nicht wackeln da ist dieser tube und da drinnen ist zusammen gedrückt dann die achse und ich glaube das kriege ich nie wieder raus und er haben wenn ich rauskriege ist es wahrscheinlich kaputt so kamera stelle scharf also halt da sieht er noch mal hier diese ganzen verläufe das ist halt so ich will jetzt hier nicht meckern weil ich das hätte eigentlich ziemlich cool finde mir gefällt es aber an den metallic guss verfahren kubi arbeite bittet noch mal an dieser geschichte dass er hier unbedingt einen roten stein verbauen musstet weiß sei das auch getan arbeitet bitte und bei den bügelperlen finde ich hätte man auch im preis ein bisschen runter gehen können beziehungsweise lass es doch zu dass wenn man etwas vorbestellt oder den limited edition bestellt noch etwas in den warenkorb packen kann liebe kubi sa ja jetzt bekommt ihr noch einmal ein paar detailbilder und dann schauen wir uns zum abschluss noch einmal in die augen liebe freunde ja freunde wie immer an dieser stelle bekommt der detailbilder um euch selber einen eindruck von dem set zu verschaffen unabhängig von dem was ich euch gerade erzählt habe damit meine meinung nicht eure meinung beeinflusst ich habe ja ganz am anfang davon gesprochen dass boeing eine der ältesten lizenzen von kubi ist das stimmt sogar aber es gibt ältere zb eine der ersten lizenzen jeep nämlich schon 2009 hatte kubi hier die lizenzen gefolgt von renault um genauer zu sein vom renault formel 1 team damals da gab es nämlich 2010 eine lizenz und dann folgte boeing auch 2010 mit dem dreamliner den ich euch im intro beziehungsweise eben gerade als hintergrund beim review auch schon gezeigt habe ebenfalls hatte kubi auch tolle lizenzen von fernsehserien wie zum beispiel den wings club das kennt ihr wie band 10 lief glaube ich bei uns auf togo oder super rtl und ich habe da auch ein set was ich euch noch mal vorstellen möchte und auch natürlich dr who der doktor den es bei lego zum beispiel ja in einem dimension set gab da gab es auch von kubi lizenz sets und die sind sogar sehr 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 beliebt ebenfalls beliebt die pinguine von madagaskar da hatte kubi auch lizenzen auch richtig tolles jetzt wenn ihr die bekommt greift zu diesen ziemlich cool und ziemlich lustig und alle anderen lizenzen heute wissen wir ja eine der letzten ist ja zum beispiel alfa romeo fiat und opel wie ich euch ja auch schon vorgestellt habe und ich denke mal da sind wir bei kubi erst am anfang schreibt mal eure wunsch lizenz die ihr gerne bei kubi sehen würdet unten in die kommentare und freunde wir schauen uns jetzt zum abschluss noch einmal in die augen ja freunde da ist das video schneller zu ende als der blog sie heute über dieses set meckern konnte das sollte aber nicht so rüber kommen denn trotzdem bin ich ja verliebt in diesen flieger es gibt ja aktuell auch die air force one zu bestellen ich weiß nicht ob kubi da vielleicht schon das ein oder andere verbessert hat ich denke mal die air force one werde ich ausfallen lassen und hoffe deswegen extra mein nasa t shirt das kubi hier vielleicht noch eine 747 mit dem länder bis man sind orbiter dem space shuttle raus bringt vom diesen testflug diesen berühmten das wird ziemlich cool und dass dann die ein oder andere kinderkrankheit dieses first flight ich meine jetzt ist ja auch das erste hier von kubi ausgemerzt ist schreibt mir eure meinung bitte mal zum jumbo unten in die kommentare und jetzt noch die große auflösung warum heißt der jumbo jumbo jet ganz einfach weil er riesig ist weil es diesen buckel hatte deswegen hat man diesen jumbo jet jumbo genannt weil man meinte da passen ja auch elefanten rein das war's nicht mehr nicht weniger freunde deswegen heißt der jumbo jumbo jet in diesem sinne einen guten flug auf wieder bauen euer freund der blogs